Guten Morgen liebe Motorfans, wir sind heute bei in Frankfurt auf der IA und haben uns schon den Exit geschnappt und einmal eine Runde gedreht und was ich euch zeigen möchte ist der Innenraum und der ist einfach nur der Hammer, da hat sich Kia super verbessert, das Lederlenkrad ist super, Knöpfe sind toll, wir haben Sitzbelüftung, wir haben Displays ohne Ende, Touchscreen, Lederlenkrad Heizung und vieles mehr und das Beste ist, ihr könnt morgen in Letzlingen bei uns Probe fahren.